Hallo und herzlich willkommen zu einer Hunde Waterfall im Auge des Sturms. Da hatte ich schon mal gespielt gehabt. Ich glaube, das war sogar meine erste TVP-Runde, die ich gefilmt hatte. Das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich mir also nicht mehr viel zu erklären. Die vier Türme links, rechts einnehmen, damit das Bord eine Flagge, die Flagge zu dem Türm bringt. Und dann hat man Punkte. Und weil es 1.500 Punkte hat, hat es gewonnen. So, da kommt es hinten. 2 Minuten, schon mit alles haben wir durchpuffen. So. Nehmen wir mal ein bisschen hinten. Und schau mal, wer wohin soll man. Was ist das denn für ein Wald? Das ist da auch. Das ist wohl ein Wald. Ne. Ich weiß. Ach, egal. Ich weiß, wie geht's los. Da gibt's eine Grenze. Ich weiß nicht, wie geht's los. Liegen. Und dann geht es weiter. Zescher, David Zescher-Turm. Keiner damit. Sehr gut. Zescher, David Zescher. Zescher-Turm. Zescher, David Zescher. Zescher, David Zescher. Ach ja. weil zwei ja 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 Das schaffen wir doch. Ja, super. Aber ja, dann tun wir morgen. Das war ja klar. Ja. Ja. Ja, super. 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 Das ist ein Tropfen. Wir haben einen Punkt da. Ja, super. Ja, super. Mit der Mitte Flaggen. Gute Seite. Gut, die wollen den Turmschall schlagen. Gut. Gute Seite. Geht's doch nicht. Aber Angst. Aber Angst. und dann mal wieder verloren mal wieder verloren ich brauche ihn aufsatteln das kann ja nicht wahr sein keiner der verteilt oh ja 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 das sieht so schlecht doch naja egal so wie ihr heute seht werde ich mal wieder verlieren man könnte noch gewinnen aber ich denke er nicht nicht denn wie man sieht sind die Hortler immer da und da ok jetzt nehmen sie gerade die dritte Tour ein ja doch das ist schon nice ja 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 das war wohl nichts das war wohl nichts ja 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 Paris fast ja kann dass Das war's. Nee, nee. Und meine Ohren. Danke, dass ich so geschaut habe. Auf welchem Platz war ich bei der Horde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, da. 6, Letzter. Na gut, okay. Auf jeden Fall bin ich so im Mittelpunkt. Das reicht mir eigentlich. Das ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. Da ist halt die Mitte, ne? 08, 15. Jo. Also dann, viel Spaß beim Video. Oder, ich hoffe ihr hattet viel Spaß beim Video. Und ich hoffe ihr seid am nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin auch wiedersehen und Tschüss! Vielen Dank.